Hallo! Ich hab mir diese Sprüche bei YouTube drunter, ich brauch ein Taschentuch. Mach wie du Stopp, fahr zum DM, fahr zum Drogeriemarkt, hol dir alles, Kerzen, mach ein Duftkerzchen an. Öl dich ein, untenrum noch mal rasieren. Sorgt dafür, dass du gut dastehst, weil das wird dich so vom Stuhl runterlatschen. Sof, sof, sof! Sof, sof! Ich hab michAR, liebe Leute. HC! Ich hab mein Buch- XD Ich hab mich nie auf den종 cycling jeden Tag. Und er Gos primera in euch ging zu Prag. Auf şey jścia, dass du Dörst Biermannu這些 собир ihr euch erkunden haben möchte. Das war's für heute. Das ist ein Junge, ich klinge dich. Ja! Au!